Guten Morgen. Schöner ist mein Name. Ich bin Lennende Fage, im dritten Lehrjahr und bin mit Frau Wagner für Sie zuständig. Schön, das freut mich. Ihren Blutzuckerwert haben wir jetzt. Jetzt tue ich Ihnen ein Flaschen drauf. Im Karion Bildungszentrum lerne ich im Prüfskundenunterricht das nötige theoretische Fachwissen für meinen Prüfsonntag. Fachfrau, Fachmann Gesundheit mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis ist eine der beliebtesten Berufslehren in der Schweiz. Während der dreijährigen Ausbildung besuchen die Lernenden die Berufsfachschule für Berufskunde sowie allgemeinbildenden Unterricht und Sport im Karion Bildungszentrum und bei zwei Bildungspartnern. Daneben finden regelmäßig ÜK-Tage statt, an denen das theoretische Wissen zusätzlich angewendet und praktisch geübt wird. Den grössten Teil der Ausbildung verbringen die Lernenden in ihrem Lehrbetrieb. Im Alters- und Pflegeheim, in der Psychiatrie, im Spital oder bei der Spitex. Nach bestandener Abschlussprüfung erhalten die Absolvierenden das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Fachfrau, Fachmann Gesundheit. Der Beruf Fachfrau, Fachmann Gesundheit ist eine der beliebsten Ausbildung und hat eine grosse Zukunftsperspektive. Die Ausbildung zur FAGE orientiert sich am Kompetenzen-Ressourcen-Modell. Das bedeutet, dass die Ausbildung an allen drei Lernorten Schule, Lehrbetrieb und ÜK kompetenzorientiert aufgebaut ist und sich an beispielhaften Situationen ausrichtet. Im CAREUM-Bildungszentrum wird mit modernen Methoden unterrichtet. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Ausbildung mit begleitender Berufsmaturität zu absolvieren. Als Besonderheit bietet das CAREUM-Bildungszentrum auch bilingualen Unterricht in den Sprachen Deutsch-Englisch an. Der Beruf im Gesundheitswesen hat mich schon immer interessiert. Ich habe früher angefangen, bei der Angehörigen Pflege zu helfen und habe so gemerkt, dass man die Arbeit sehr lebt. Die Aufgabenbereiche der Fachfrauen- und Fachmännergesundheit sind äusserst vielfältig. Sie übernehmen unter Anleitung oder selbstständig medizinische Verrichtungen, unterstützen die Klientinnen und Klienten bei der Körperpflege und Ernährung. Die Fages halten die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften jederzeit ein und nehmen logistische, hauswirtschaftliche wie auch administrative Aufgaben wahr. Sie sind wichtige Bezugspersonen für Klientinnen und Klienten. Der CAREUM Campus bietet seinen Lernenden und Studierenden eine attraktive und vielseitige Lernumgebung mit optimalen Platzverhältnissen, einer Vielzahl an Hilfsmitteln für Selbststudium und persönliche Lernberatung. Der Campus liegt an perfekter Lage mitten im Hochschulquartier und ist in nur wenigen Minuten vom Hauptbahnhof Zürich und Stadelhofen Bellevue erreichbar. Mit dem EFZ, dem Eidgenössischen Abschluss zur Fachfrau Fachmann Gesundheit, verfügen die Absolventinnen und Absolventen über eine breit gefächerte Ausbildung und sind gesuchte Fachpersonen auf dem Arbeitsmarkt. Wer sich weiter spezialisieren möchte, kann im CAREUM Bildungszentrum den Bildungsgang HF Pflege verkürzt oder verschiedene andere HF-Bildungsgänge des Gesundheitswesens absolvieren. Die Zusammenarbeit im Lehrbetrieb erfolgt unter Anleitung einer diplomierten Pflegefachperson. Die FAGE sind ein wichtiger Teil des ganzen Pflegeteams und übernehmen viele Aufgaben. Die Betreuung durch die FAGE ist für die Patientinnen und Patienten zentral. Die FAGE unterstützen das körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden von Personen jeden Alters. Die Beurteilung des Blutzuckerwertes ist korrekt. Sie können das Insulin initiieren, so wie es verordnet ist. Sachse. Der Wohlbeinden mimic des Schlektes Bis zum nächsten Mal.